Hi. Hallo. Hallo. Wir passen dir einfach mal aus. Guck. Brustoffen. Hier mal ein Scherzteil. Und dann fällt das weg. Die ganze Deko. Also, ich... Ich finde es ja auch so ein Petrol toll. Ja, aber Petrol finde ich nicht strahlend genug. Grün. Nimm doch Grady Smith. So, und jetzt mal... So ein kleiner Egel-Heiratwoll-Konzept, würde ich sagen. Ja, ich mein, kann man sagen, es ist noch Zeit. Teile habe ich schon gekauft, oder? Also, ich würde dich behängen wie ein Weihnachtsbaum. Guck mal, hier diese Dramatik. Obwohl, ich glaube, zu der Farbe finde ich goldschön. Und dann... Und dann... ...sometimes, es macht mich mehr zu cry. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein... Ein Gefühl, ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ah! Ich kann... ... dass, ich kann... ... aber da... ... es ist... Also, ich kann... ... sind... Bis zum nächsten Mal.